Vom groben Aufbau her entspricht ein Explain Everything Projekt in etwa einer PowerPoint-Präsentation. Tippen wir in der oberen Werkzeugleiste auf den Folie-Button, öffnet sich ein Folien-Management-System. Es empfiehlt sich in Explain Everything nicht eine Folie mit sehr viel Inhalt zu erstellen und lange Videosequenzen am Stück aufzunehmen, sondern viele aufeinanderfolgende Folien mit wenig Inhalt zu erstellen und jeweils eine eigene Videosequenz aufzunehmen. Deswegen werden wir nun für den weiteren Inhalt unseres Videos eine eigene Folie anlegen. Dies können wir zum einen durch Antippen des Plus-Buttons. Da wir in der nächsten Folie allerdings die Überschrift der ersten Folie behalten möchten, duplizieren wir diese Folie. Durch längeres Antippen der ersten Folie ergeben sich drei Optionsmöglichkeiten. Durch Antippen des blauen Buttons und der Auswahl Duplikat ohne Aufzeichnung duplizieren wir nur die Folie mit deren Inhalt. Man sieht im Folien-Manager am roten Punkt deutlich, dass die erste Folie die Videosequenz beinhaltet, die zweite Folie jedoch nur den gleichen Bildschirminhalt erhalten hat. Wir möchten diese Kopie der ersten Folie jedoch als letzte Folie benutzen. Dazu tippen wir sie so lange an, bis sie sich leicht bewegt und verschieben sie nach unten.